Dann 2018 gab es für mich die persönliche Transformation, denn auch eine Bank verändert sich und mein Arbeitsplatz ist einfach verschwunden. Und der war dann über Nacht eben weg und dann kommst du morgens in die Bank rein und hast einen Klopfen auf die Schulter bekommen. Wir müssen mal reden, dauert auch nicht lange, also es hat genau zwei Minuten gedauert. Und dann konnte ich so meine groben Sachen zusammenpacken und bin heimgefahren. Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist, wie ihr wisst, immer noch Jule Jankowski und ich begrüße euch heute zu unserer Jubiläumsfolge hier im Audiosalon im Brandeins Podcast Netzwerk. 200 Folgen haben wir jetzt im Kasten und für mich natürlich ein Grund, innerlich ein Fest abzuhalten. Ich hoffe für euch auch ein kleines feierliches Momentum und ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht so ganz leicht, sich zu überlegen, wer ist der Gast, wer ist die Gästin, wer ist heute im Good Work Salon zu Besuch. Und man kann es sich dabei extrem schwer machen und sagen, die berühmteste Persönlichkeit, die krasseste Geschichte, das größte Expertenwissen. Ich habe mich davon ein bisschen befreit und einfach mal meine Intuition aufspüren lassen. Und es gab da eine Begegnung, die hat mich gefesselt, denn unser Gast heute hat eine wirklich packende Geschichte und er hat Expertenwissen und er erzählt aus seinem praktischen Ton. Also drei gute Gründe und ich habe mich für ihn entschieden heute für die Folge 200 und ich gebe mal ein paar Stichworte rein. Wir reden heute über Geld, wir reden über Content Creation, ich sage so ein blauer Hoodie, ein wirklich opulenter Bart, ein freundliches Gesicht und lustige kleine Videos, die in kurzer Form Tiefeninhalt und das auf sehr verdauliche Art und Weise präsentieren zum Thema alles rund um das Thema Geld. Irgendwas mit Bank, das ist auch sein Subtitle, ihr wisst längst, wer es ist. Es ist Jürgen Schmidt, Jürgen Schmidt ist verantwortlich für das Thema Corporate Content Creation bei der Deutschen Bank. Manche nennen es auch Finfluencing, wie auch immer, das können wir alles zusammen auftröseln, was genau seine Rolle ist. Und vor allen Dingen, seid gespannt auf seine wirklich packende Story, denn das, was er heute tut, das war nicht immer seine Aufgabe. Er war erst an einer ganz anderen, sehr, sehr dynamischen Stelle im Unternehmen unterwegs. Das Schicksal hat eine Wendung für ihn eingeleitet. Er hat sie gut genommen, mehr als gut. Heute ist er nicht nur bei LinkedIn wirklich sichtbar und bekannt für das, was er treibt. Und nebenbei, ich darf sagen, ein wirklich sehr sympathischer Gesprächspartner. Also viele gute Gründe, ganz besonders heute reinzuhören. Jetzt wünsche ich euch aber erst mal viel Vergnügen bei der Folge mit Jürgen Schmidt. Und hier ist sie, unsere Nummer 200 bei Good Work, der Gründer der Expedition Finance oder Kopf der Expedition Finance bei der Deutschen Bank, Jürgen Schmidt. Ich sage Hallo, lieber Jürgen. Schön, dass du hier bist bei Good Work. Ja, Dankeschön, Jule. Du hast in einer Minute schon ganz viele Fragen gestellt. Ich habe den Eindruck, wir kommen direkt in den Flow rein. Und gleich, um natürlich die Spannung ein bisschen rauszunehmen oder vielleicht sogar zu erhöhen. Der Bankbad, es ist eine gute Frage, wo der Name herkommt. Und ich glaube, ich hatte das irgendwann mal unter einem Post geschrieben. Und du wirst ja von Leuten immer so, du kriegst irgendwann einen Spitznamen von den Menschen draußen. Und dann ist das immer so ganz einfach, was fällt auf? Der Bart. Und dann läufst du in der Bank rum. Ich glaube, dass im Hintergrund auch einige Leute immer gesagt haben, guck mal da, da ist der Bankbad. Und so hat sich das ergeben. Im Übrigen auch mit meinem Hashtag irgendwas mit Bank. Das ist auf einer Veranstaltung entstanden, wie Leute mich beschreiben würden, in a nutshell. Und dann sagt er so, tipp halt irgendwas mit Bank. Und das kann ich auch draußen nur empfehlen, wenn ihr euch das selbst mal fragt, wie werde ich gesehen? Ich habe das so gemacht, was würde meine Mutter sagen zu anderen Leuten? Was macht denn so ihr Sohn, Frau Schmidt? Und dann würde ich sagen, der macht irgendwas mit Bank. Irgendwas mit Bank, wunderbar. Und da hast du schon quasi ganz viele, auch wieder kleine Brotsamen hingestreut, auf die wir auch ganz gleich alle eingehen werden. Das mit der Oma, das finde ich super. Da mit der Mutter, ich habe ja Publizistik studiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal geteilt habe, die Geschichte. Ich finde sie so gut. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls ich mich wiederhole, einfach weiterspulen. Ansonsten vielleicht doppelt genießen. Also, wir hatten so eine Alumni-Veranstaltung. Und dann hat einer aus der ehemaligen Fachschaft gesagt, also er hat als Publizist, seine Oma hätte das lange nicht verstanden und immer gedacht, er würde Polizistik studieren. Und war wahnsinnig enttäuscht, dass hier so wie Enkelsohn nicht Polizist des höheren Dienstes wird, sondern Publizistik. Und dann hat sie gesagt, aber Junge, was ist das denn? Und dann hat er gesagt, ja, sowas mit Fernsehen. Und dann kam der nächste Missverständnis, sagt er, Fernsehen? Also, Fernseher, ja, mein Fernseher ist kaputt, kannst du mir den reparieren? Nee, Oma, das kann ich auch nicht. Und dann war die Enttäuschung wirklich vollendet. Also, nicht mal das konnte der Bub. Das ist wirklich schlimm. Meine Oma wusste ja früher, ich habe ja ein Vorleben, da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf, dass ich an der Börse war und meine Oma hat immer mittags das Börsenfernsehen geguckt. Und dann gab es da, ich glaube, um fünf vor zwölf gab es diese, oder um Punkt zwölf müsste es gewesen sein, dann gab es so den Blick von der Börse und dann hat Oma immer vom Fernseher gesessen, und dann sagt, der Puppe läuft wieder vorbei. Und es gibt heute, und das ist traurig, ganz, ganz wenige Aufnahmen davon. Also, ab und zu ist der VHS-Videorekorder mitgelaufen. Es gibt noch ein, zwei kleine Szenen, aber es war halt damals Alltag. Dann hieß es so, ach, der Jürgen, der wird das ein Leben lang machen. Wie du siehst, nein, macht er nicht. So, und das haben wir jetzt ja einen Turbo-Cliffhanger aufgebaut oder eingebaut, Jürgen. Da kommen wir natürlich noch zu dieser Treppe in deinem Leben. So, die erste Frage hast du aber dir nicht ersparen können, und die kommt nämlich. Nämlich, wie bist du heute in den Tag gestartet, lieber Jürgen? Ich bin heute im Homeoffice in den Tag gestartet. Ich bin relativ flexibel, muss ich sagen. Ich liebe alle drei Komponenten. Und jetzt Fragezeichen, wieso drei? Ja, es gibt das Office, in das ich sehr gerne gehe, weil du einen tollen Austausch hast. Ich bin aber auch gerne im Homeoffice, wenn ich ab und zu administrativ und wichtige Dinge erledigen muss und absolute Ruhe brauche. Dann ist jede Störung außenrum für mich auch irgendwie nervig. Und dann sage ich, ich bin einfach mal drei Stunden hier an meinem Rechner. Und zudem kann ich sehr schön einen Podcast mit dir aufnehmen, weil ich einfach ein geiles Mikro zu Hause habe. Und das funktioniert auch gut. Haben wir ja direkt festgestellt, Riverside, zwei Versuche, zack, und das funktionierte. Und dann bin ich natürlich auch viel unterwegs. Dann bist du auch mal froh, so ein bisschen die Erdung zu bekommen, um zu Hause zu sein. Und auch im Office, das ist schon anstrengend. Also ich habe so den Eindruck ab und zu, die Strecke Frankfurt-Köln, Frankfurt-Berlin, Frankfurt-München, bin ich mit den Streckenpfosten Padu. Du legst dich schon selbst in die Kurve, bevor es dahin geht, bevor der ICE da rumlangfällt. Ich war jetzt am Wochenende in Stuttgart gewesen und habe auch gesagt, wenn ich das Auto irgendwann mal abgebe, dann ist das ein autonom fahrendes Auto. Das kennt die Strecke von allein. Also ich muss zugeben, ich bin Autofahrer. Ja, weil wenn du so flexibel sein musst, auch von den Zeiten. Das Einzige, was wirklich störend ist, du kannst schlecht arbeiten im Auto. Ich lege dann meine Telefonate rein und organisiere relativ viel. Das ist also sehr praktisch, muss ich sagen. Man muss einfach nur einen guten Plan hinten dran haben. Und wenn du länger irgendwo in den Stau reinfährst oder, ich bin so Spezialist für Totalsparren auf der Autobahn. Irgendwie hatte ich so einen Magnet, der die angezogen hat und stand dann in einer Woche zweimal in der Totalsparre, was mich dann irgendwann in den frühen Morgenstunden erst nach Hause gebracht hat. Das ist nicht so toll. Und jetzt hast du dich so schön gleich schon in den beruflichen Tag gestartet. Gibt es bei dir auch sowas wie ein Morgenritual? Also bevor du irgendwie den Rechner hochfährst oder so, weil Tag gestartet? Also ich nehme es da schon auch gern ganz wörtlich. Ja, es gibt ein Morgenritual. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn du aufstehst, Badezimmer duschen, lüftest du natürlich. Und dann liegt das Bett ja noch zerknittert da. Also das Bett wird gemacht, bevor ich anfange zu arbeiten. Da gab es doch dann nicht irgendwie hier von irgendeiner Army so einen General, der sagte, also wenn du morgens schon mal dein Bett gemacht hast, dann hast du schon mal ein Accomplishment am Tag. Also eine Sache, die du schon mal hinbekommen hast. Also der das auch dringend seinen Rekruten ans Herz gelegt hat, mit anderen Worten befohlen hat. Bett machen ist Pflicht. Ist es so ein bisschen so dieses Ding, ich habe das Gefühl, wenn ich das mache, dann ist schon mal so eine erste kleine Struktur erledigt? Oder psychologisiere ich da jetzt zu viel rein? Ich weiß es nicht, aber das ist irgendwie so gewachsen. Ich finde es auch komisch, wenn du abends heimkommen würdest und dann ist alles unordentlich. Also ich weiß es nicht. Das ist vielleicht so eine Macke, die ich habe. Aber in meinen Augen ist das keine Macke. Ich finde es gut, so ordentlich in den Tag zu starten. Dann habe ich die erste Sache hinter mir und alles andere ist wirklich so ein Roulette-Tisch bei mir. Ob es einen Kaffee um 8 Uhr gibt oder erst um 9 Uhr. Manchmal merke ich um 12, dass ich noch nichts getrunken habe. Das ist auch nicht gut. Aber wenn du so in deiner Arbeit drin bist, bist du eben drin. Und heute gab es Frühstück, weil ich bin ja zu Hause heute. Und meine Frau wusste, dass ich da bin. Und dann ist sie noch mal kurz beim Bäcker vorbei, weil sie eh was holen musste. und hat mich überrascht mit einer Rosinen-Schnecke. Und wenn ich eine Rosinen-Schnecke bekomme, bin ich immer sehr glücklich. Haben wir ein Glück, dass wir heute am Tag der Rosinen-Schnecke miteinander sprechen. Nimm uns doch mal mit, richtig an die Hand. Also wir möchten mal ein bisschen alle zusammen, hier alle Hörerinnen und Hörer und ich auch natürlich, berufsneugierig wie ich bin, verstehen, wie dein Tag aussieht. Wir haben es ja schon ein bisschen gerahmt, Corporate Content Creation. Jetzt gibt es wahrscheinlich eine Hälfte, die die Folge hört und sagt, ja klar, weiß ich, was das ist. Und es gibt bestimmt auch Menschen, die sagen, oh, was ist das denn schon wieder? Also beschreib mal deinen Tag. Also jeder Tag ist anders. Und das hat ja den großen Vorteil, wenn jeder Tag anders ist. Du lernst auch immer was dazu. Content Creation bedeutet bei mir, wir haben ja gesagt, Finanzindustrie, es geht um Geld, es geht um Finanzthemen letzten Endes, Finanzwissen, Finanzbildung. Bekommst du immer neue Themen auf den Tisch. Und ich beschreibe das draußen so wie zum Beispiel eine Automobilfabrik, wo du ganz am Anfang so ein paar Rohkarossen drinstehen hast. Aber am Ende gibt es auch schon ein paar Autos, wo nur noch das Lenkrad fehlt. Und so kann man sich das bei mir auch vorstellen. Ich habe so um die zehn, im Moment sind es knapp 20 Themen, die auf dem Tisch liegen und in verschiedenen Statusbereichen unterwegs sind. Einige sind wirklich early stage. Einige sind so weit, dass wir schon den Drehtermin haben. Andere sind ja schon abgedreht, müssen jetzt gerade noch geschnitten werden. Und ja, wenn sowas fertig ist, kommt natürlich auch die Social-Media-Planung dazu. Du hast die ganzen internen Prozesse mit der Abnahme. Das heißt also, unsere Protagonistinnen bekommen den Clip natürlich vorher zu sehen, bevor sowas rausgeht. Die internen Zustimmungen. Dann plane ich teilweise Speaker Slots. Es kommt ab und zu mal ein Podcast, so wie jetzt. Mache ich auch sehr gern im Übrigen. Also es ist einfach eine sehr schöne Abwechslung, weil man dann auch mal erzählen kann, über was man gerade arbeitet. Momentan bin ich an mehreren Themen gleichzeitig dran. Ich habe jetzt die nächsten Tage sehr viele Calls reingelegt, weil dann wieder so eine Phase kommt, wo ich unterwegs bin. Also es sind etliche Auswärtstermine. Dann möchte ich nicht auf der Autobahn irgendwo zwischen Tür und Angel sowas klären. Und da brauche ich auch eine Stunde und brauche eine Vorbereitungszeit. Und da kommt auch meine Filmfrau ins Spiel, die im Research sehr, sehr früh eingebunden ist, die auch die Bilder schon im Kopf erstellt und sagt, so könnte das eventuell im Dreh aussehen. Und ich habe das ja auch nie gelernt, muss man dazu sagen. Also den journalistischen Aspekt, da brauche ich einen Profi mit dabei. Und das ist die Sabine und die ist immer in den Calls dabei. Und dann arbeiten wir diese Konzepte auf. Heute Morgen haben wir so eine kleine Liste durchgesprochen, dass gerade fünf Konzepte auf dem Tisch liegen, die auch noch mal reviewt werden müssen, ob wir das denn so überhaupt machen können. Und wenn wir beide uns einig sind, dann geht es zur Überprüfung raus. Und dann können wir auch in die Contentplanung gehen. Und ja, den ein oder anderen Clip haben wir jetzt schon ein Datum gefixt. Erhofft man ja immer, dass das auch dann funktioniert, dass niemand krank wird, dass sich nicht noch einen Termin verschiebt. Das hat auch die oberste Prio bei mir. Wenn Produktion ist, dann ist dieser Termin geblockt. Und ja, dann fahren wir da hin und drehen. Und in der Regel, wahrscheinlich fragen sich die Leute draußen, wie lange brauchst du für so ein Content-Piece? Wenn wir einen Film drehen, brauchen wir gut vorbereitet zwei bis drei Stunden. und wenn das in Frankfurt ist, ist es natürlich schön, weil es um die Ecke ist. Liegt es außerhalb, versuchen wir immer mehrere Termine zu kombinieren. Das ist dann auch so ein bisschen ein Orga-Talent, das sich entwickelt. Und eine gewisse Spontanität brauchst du auch und Leidensfähigkeit manchmal auch. Gleich mehrere Fragen, die sich mir aufträngen sozusagen. Also als erstes mal, du sagst ganz oft das Wort Dreh und Clip und Peace. Das heißt, dreht es sich in erster Linie bei den Inhalten, die du produzierst, die du erstellst, um Bewegtbilder oder schreibst du auch? Also du sagst, du bist ja zu Gast auch im Podcast. Also der Teil scheint ja auch dann mit abgedeckt zu sein. Wie würdest du das so ungefähr beschreiben, was du so tust? Also für den Hauptberuf, das Corporate Content Creators in der Bank, haben wir ein Videoformat gemacht, das sich Expedition Finance nennt. Das sind Finanzwissen, Snackable Clips, die einmal die Woche ausgespielt werden auf dem Corporate Kanal. Da liegt der Fokus klar, 40 bis ein bisschen mehr mal pro Jahr einen Film zu spielen. Also 40 sollten es schon sein. Ich glaube, letztes Jahr waren es 45 sogar. Wir haben ein paar Ferientermine, da kann ich auch nochmal recyceln. Also das heißt, du kannst ja Clips auf Social Media auch ein zweites Mal ausspielen, weil sie werden ja nicht immer in deiner Community gesehen. Und wir haben teilweise Inhalte, die sind topfrisch, auch nach zwei Jahren, dass du sagst, guck nochmal rein. Wir haben einen echt tollen Film dazu gemacht. Wir zeigen ja Zukunftsthemen und Trends, die in vielleicht fünf bis zehn Jahren auch erst kommen könnten und starten da eine Diskussion. Das heißt also, Bewegtbild ist mein Hauptjob. Jetzt habe ich aber festgestellt sehr schnell, dass wenn du Corporate Content bringst, das halt schwierig im Vertrieb ist, weil wer schaut sich schon Corporate freiwillig an? Also es ist eher unwahrscheinlich, dass Menschen auf LinkedIn auf eine Company-Seite stoßen, weil es ist eben ein People-Business. Menschen folgen Menschen. Und dann habe ich gesagt, du erlebst ja so viel, Jürgen. Wieso berichtest du nicht außenrum? Das heißt, wenn ich irgendwo bei einem Dreh bin, wenn ich irgendwo den Dreh schon drin habe und so ein paar Punkte für mich mitgenommen habe oder ich möchte darauf hinweisen, dass bald ein Film kommt, dann kann ich ja noch auf LinkedIn selbst posten. Und da bin ich fast täglich unterwegs, habe also gute 350 plus Beiträge im Jahr und die schreibe ich natürlich. Und das ist ein bunter Mix aus Business-Themen, aber auch meinen persönlichen Sichtweisen oder Themen, auf die ich gerade aufspringe und versuche so das Thema Finanzbildung, Finanzwissen noch in den Vordergrund zu rücken und ermalt dann eben einmal in der Woche mit einem Video, das natürlich die Hauptarbeit bei mir ist. Und das, was eben auf dem persönlichen Account läuft, das ist auch persönlich, das darf ich auch schreiben, im engen Rahmenwerk der Social-Media-Guidelines der Bank. Aber ich verrate ja da nichts, rede da nicht über irgendwas, was ich nicht reden dürfte. Wenn es ein Thema gibt, was die Gemüter wirklich erhitzen lässt in den Büros, dann ist es die Frage, wer sitzt wo. Und es hat sich im Zuge von zunehmend hybriden Arbeitsweisen nicht gerade entspannt, die Frage. Denn es gibt ja immer mehr Büros, immer mehr Unternehmen, die Open-Office-Konzepte eingeführt haben. Und hier kommt unser heutiger Werbepartner ins Spiel, denn die haben genau dafür eine wunderbare Lösung geschaffen. Unser Werbepartner heute ist Desk.ly. Die haben eine digitale Plattform geschaffen. Und mit Desk.ly kann ich nämlich mit dieser digitalen Plattform oder mit einer App meine Ressourcen am Arbeitsplatz wunderbar einfach intuitiv verwalten. Wir reden also von Buchungen, von Schreibtischen, aber auch von Meetingräumen, von Parkplätzen sogar oder Ladesäulen. Das ist für die NutzerInnen genauso interessant wie für die Unternehmen, die ihre hybriden Arbeitswelten dadurch viel besser planbar und unvorhersehbar gestalten lassen. Und wenn ihr mal auf die Seite geht von Desk.ly, dann könnt ihr euch dort einen 30-tägigen, kostenfreien Testzeitraum sichern. Und als HörerInnen von GoodWork bekommt ihr sogar 40% auf euren ersten Jahresvertrag. Hört auch gern noch mal rein in die Folge mit einem der Co-Gründer, Felix Mohr von Desk.ly. Dann erfahrt ihr noch ein bisschen Hintergrund, Informationen und ein bisschen Gründerstory. Das ist doch etwas, was uns hier immer erfreut. Also viel Spaß beim Aufstöbern und Ausstöbern und beim Nutzen von Desk.ly. Was ist der Unterschied zu der klassischen PR-Abteilung? Zu dem, was du machst? Ist das jetzt einfach nur ein anderer Begriff? Content Creation ist nichts anderes als eine PR-Abteilung. Oder würdest du sagen, doch, das ist von der Struktur, du hast ja schon so ein bisschen was hin quasi ausgestreut, es ist von der Struktur was anderes. Wir haben auch noch eine klassische Kommunikationsabteilung. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil es ist immer die Frage gewesen, wo wollen wir dieses Wissensformat denn überhaupt ansiedeln? Jetzt komme ich ja ursprünglich aus der Investmentbank, bin mit einer Idee gestartet. Da kommen wir auch noch drauf, war ja nicht so ganz freiwillig, wie das entstanden ist. Und bin in die Kommunikationsabteilung gekommen, habe diese Idee angebracht. Jetzt, wenn du nach draußen gehst, ist es natürlich ein Stück Kommunikation, das du betreibst. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, für die Sichtbarkeit nach außen könnte es auch eine Art Employer Branding sein, dann wäre es bei HR angesiedelt. Oder, wie du schon sagtest, geht es Richtung Marketing. Und ich fühle mich im Marketing sehr wohl, weil ich da sehr nah am Business dran bin. Und jetzt, wie gesagt, wir haben ein Wissensformat. Ich möchte ja nichts verkaufen, sondern ich möchte Einblicke gewähren und einen Denkanstoß geben über Dinge, die eben in naher Zukunft passieren könnten. Und das ist eine Art Marketing, aber ohne was verkaufen zu wollen letzten Endes. Das bringt dich ja erst mal an das Thema ran. Und in dem Moment, wo ich über ein Thema rede, ist es ja auch so, dass du damit konnektiert wirst. Das heißt, du weißt genau, der von der Bank, der hat darüber gesprochen. Und wenn ich noch eine Rückfrage habe, dann ist es ja immer so, dass du dahin gehst, wo du es meistens gehört hast. Und dann kriegst du natürlich auch die eine oder andere Rückfrage. Das heißt, auch hier kommst du ja in Kontakt wieder mit der Außenwelt. Und ich würde es nicht als direktes Marketing beschreiben, sondern es ist ein Wissensformat. Das muss man so betonen, dass Einblicke geben will. Und ja, zum Denken nochmal anregt, ich würde es fast in die Ecke Community-Management auch bringen, ohne was verkaufen zu wollen. Und ich glaube, das ist ja auch, sagen wir mal schon, der qualitative Sprung zu einer Kommunikation, die wir ja schon alle seit vielen Jahrzehnten kennen, wo wir sagen, da wird nochmal richtig drüber gegangen und alles. Also, don't get me wrong, das ist natürlich hochprofessionell, was du tust, aber was wir noch so aus den 90ern, 2000ern kennen, diese PR-Aktion, da war ja wirklich kein Herrchen mehr krumm, da war ja wirklich jedes Staubkörnchen weggepustet. Und das hat natürlich seinen Platz und seine Berechtigung, aber hat natürlich auch seine Grenzen, die das aufbaut. Also, das heißt, der Nutzer, und da würde ich gerne, oder die Nutzerin, da würde ich gerne nochmal reinschauen, hat der mutmaßlich eine ganz andere Nähe zu den Inhalten, weil es doch wesentlich persönlicher, wesentlich nahbarer aufbereitet ist. Wer sind die Nutzer? Also, du schreibst, oder du sagst, ja, Community-Aufbau, das heißt, das, was du produzierst, tust du vor allen Dingen für Menschen, die beschäftigt sind bei der Deutschen Bank, vor allen Dingen für Menschen außerhalb, für die Branche. Wer sind sozusagen deine Ziel, wer ist dein Zielpublikum? Ich liebe diese Frage, Jule. Die ist richtig gut, weil natürlich habe ich am Anfang auch Gedanken gemacht, wen magst du denn damit erreichen? Wer soll das denn überhaupt gucken? Wen interessiert denn sowas? Die erste Frage, die ich mir damals gestellt habe, ist, welche Zukunft liegt denn in der Bank- und Finanzindustrie? Wo geht denn die Reise hin? Was sind denn die Trends und Themen von morgen? Und habe dann sehr, sehr schnell festgestellt, das geht nicht um die Bank selbst, sondern es geht um die Kundschaft hintendran, weil die Leute, mit denen du Geschäft machst, die verändern sich auch draußen. Die haben jede Menge Einflüsse, die da kommen. Und das ist ganz wichtig, sehr, sehr früh schon zu sehen, was passiert da draußen, damit du dich auch einrichten kannst. Weil eine Bank in meinen Augen oder die Finanzindustrie generell ist immer ein Enabler gewesen aus der Vergangenheit. Also du musst ja irgendwann auch die Sachen finanzieren, was sich da draußen verändern wird. Du solltest doch wissen, wo die Reise hingeht. Und die Zielgruppen, die wir haben, ja, wir haben sehr finanzaffine Menschen, die erst mal reinschauen, weil das ist ja, wenn du ein Finanzcontent anbietest, hat der keine breite Masse. Du bist erst mal in einer Bubble drin, in einer Nische, was auch in Ordnung ist, weil es die richtigen Leute erreicht. Und wenn das gut ist, wird sich das auch weiter fortpflanzen und herumsprechen. Das heißt, ich würde sagen, wir haben drei Gruppen, die man einteilen kann. Auf der einen Seite ist es natürlich intern, weil die Mitarbeiterinnen, die sehen natürlich, da tut sich was. Da sind neue Themen unterwegs. Die könnten sich theoretisch auch mal umorientieren, wenn sie sagen, ich bin ja sowieso in der Finanzindustrie, aber das neue Thema, das ist ja cool. Und wir haben ja teilweise Themen, wo es noch gar keine Ausbildung dafür gibt oder jetzt kein Studiengang. Also vor fünf Jahren Krypto, da gab es noch nichts. Und dann warst du ja mit Passion dabei. Und die Leute zu begeistern, die sowieso schon sagen, finde ich ein gutes Thema. Du darfst dich mit einbringen. Du veränderst was. Das sind auch Menschen, die sich vielleicht intern mal verändern wollen. Das heißt also, auch hier ist eine grobe Sichtbarkeit. Und die zweite Gruppe ist natürlich dadurch, dass wir Social Media bespielen, wirst du ja von der Kundschaft auch gesehen. Die gucken, was passiert denn da? Was macht denn der Typ? Und welche Themen hat er auf dem Radar? Das heißt, du bist im Gesprächsthema und wirst auch als innovativ, als andersdenkend wahrgenommen, dass du auf Belange eingehen kannst. Und natürlich überlegen sich die Leute auch, was hat das jetzt für mich zu bedeuten? Und wie sollte ich eventuell da in Kontakt treten? Muss ich mir da Gedanken machen? Wie geht meine Reise weiter? Die dritte Gruppe sind all die Menschen auf Social Media, die sich halt noch nie mit Finanzen beschäftigt haben oder so gesagt haben, Bank und Finanzindustrie ist ja echt langweilig. Das ist ein Bias. Und diesen Bias kann ich ja Gott sei Dank ein Stück entkräften, weil ja, wir laufen nicht alle im Hoodie rum. Ich bin vielleicht einer der wenigeren. Trotzdem, man darf auch mit dem Hoodie mal kommen. Und besonders, wenn da Expedition for Finance draufsteht, ist das von mir immer gern gesehen. Aber so die dritte Gruppe draußen, also Social Media, Menschen, die jetzt keine Affinität in erster Linie hatten, das ist eine ganz spannende Gruppe, weil du kannst da eine Tür ganz weit öffnen und ja auch im Kopf mal den ein oder anderen Schalter umlegen. Also meine Zuschauerinnen draußen sind ja teilweise Oberstufe im Studium. Das heißt, die sind ja noch gar nicht entschlossen. Wo soll es denn später mal hingehen? Aber natürlich auch, ja, Quereinsteigerinnen kannst du damit ansprechen, weil du sagst, ach, das ist mal ein Impuls. Ich weiß es, dass ich einigen Leuten schon einen Impuls geben konnte, die dann gesagt haben, da schaue ich jetzt mal näher rein in das Thema und ich will mehr dazu wissen. Und mehr bekommst du natürlich auch. Tiefer bohren geht immer. Und aus der dritten Gruppe hat sich auch was richtig Schönes ergeben, dass du sichtbar wirst als attraktiver Arbeitgeber. Und ich weiß es von zumindest sechs verschiedenen Personen, die mich danach kontaktiert haben. Die Dunkelziffer dürfte dementsprechend höher liegen, die dann auch sagten, sehr witzig, gibt es dich denn wirklich? Ein Avatar. Im Aufzug ist das sehr schwierig, ganz große Augen und so. Sind sie das wirklich? Und ich sage, ja. The real one. Weißt du, wenn die Hand so ganz langsam zu dir hingeht und die Leute versuchen, die zu gissen, da darf ich sie mal zwicken. An den Bart. Darf ich mal ziehen? Das wollen übrigens viele. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, wieso. Darf ich mal in den Bart fassen? Wenn das jetzt weiterhilft, wenn es der Sache dienlich ist, bitte, ja. Also Jürgen, ja, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Also nicht, dass du das jetzt hier als deinen privaten Marketingkanal, dass sich jeder mal anfasst. Nein. Im Gegenteil. Nein, das ist witzig. Also du merkst, das triggert ja dann schon. Ich habe ja meistens ein Haargummi, um den Bart unten zusammen zu flicken, weil der wird ja sonst in alle Richtungen stehen. Und das ist schon spannend. Teilweise kommt ja auch das Mikro da rein. Also wir haben das Mikro durch den Bart gesteckt und haben festgestellt, wir sind ja nicht nur low budget, wir sparen uns ja sogar den Windschutz dadurch. Das ist eine Kostreduktionsmaßnahme der Bart. Und den kann auch 10 Euro kosten, die 10 Euro haben wir wieder reingeholt. Wir sind ja hier, wir reden ja über Geld. Also ich habe ja gelernt, schreibe Geld als erstes in deinen Post und du wirst viele Impressions haben. Aber bleib dann auch so verständlich, damit die Leute nicht sagen, oh mein Gott, Blockchain versteht ja kein Mensch. Also mit anderen Worten, genau damit musst du ja jeden Tag, ist ja dein Daily Business. Wie triffst du den richtigen Ton? Also du hast ja eine Riesenspreizung. Du hast ja wirklich, ich sage es jetzt mal, den Finance-Nerd vielleicht, der was lesen will. Du hast die Leute, die irgendwie sich assoziieren mit dem Thema und du hast die kompletten Neulinge, also die einfach nur sagen, Geld, cooler Typ, ich lese mal. Wie schaffst du das? Also wo sortierst du dich eher hin? Bist du eher an den Nerds dran? Ich sage das jetzt mal, liebevoll klassifizierend? Oder bist du eher Wissen macht A im Duktus? Du weißt schon, also eher in einem einfachen Sendung mit der Maus Niveau. Ich meine das wirklich ganz liebevoll. Was müssen wir uns da vorstellen? Ich kann da auch sehr liebevoll antworten. Das ist die Sendung mit der Bank. Also es ist wirklich so eine Sendung mit der Maus Level. Das ist auch volle Absicht, denn um an Themen heranzukommen und Themen von morgen zu präsentieren, musst du einen relativ niedrigen Einstiegslevel bieten. Wir haben immer den Anspruch, bei uns kriegst du mehr, als wenn du es googeln würdest. Also auch mit einem Aha-Effekt hinten dran. Das ist ja auch journalistisch aufgearbeitet. Das heißt, wir wollen immer eine Kernaussage, die auch im Kopf hängen bleibt, dass du das Thema im Grund erst mal verstanden hast und noch eine Zusatzinformation mitnimmst, die man nicht vielleicht so vermutet hat oder die, wenn du gegoogelt hättest, nicht erfahren hättest. Und das ist, wenn du die Filme auch anschaust, irgendwas bleibt hängen. Und das soll auch nach drei und nach sechs Monaten so sein. Denn wenn du was gesehen hast, wirst du dich nicht an alle Details mehr erinnern. Dann kann man ja noch mal reinschauen, aber man kann sich erinnern, ich habe da einen Film gesehen, dann war der da bei einem Payment-Provider und da hat das und das gezeigt. Mir ist nur hängen geblieben, das hat das Leben einfacher gemacht. Dann ist das schon mal eine gute Sache. Das kann man also im Detail noch mal nachschauen oder tiefer einsteigen. Es wäre falsch, wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen in die absolute Profi-Ecke rein. Das ist dann Schritt zwei und drei. In erster Linie musst du Zugang zu Wissen geben. Und wenn du Zugang zu Wissen gibst, wirst du sehen, es kommen sehr, sehr schnelle Diskussionen. Jetzt habe ich natürlich Zukunftsthemen da draußen. Das heißt, wir reden ja im Konjunktiv. Das ist immer, es könnte sein, muss aber nicht sein. Und dann ist es sehr, sehr interessant, die Kommentare zu lesen. Und ich sage immer, es gibt keine dummen Fragen unten drunter. Also wenn jemand wirklich ernsthaft unten drunter einen Kommentar postet, der vielleicht auf Anhieb komisch klingt, heißt das, dass es irgendwo für ihn eckig war, dass er konnte nicht weiter in diesem Thema. Und dann merkst du doch sehr, sehr früh, dass es schon Probleme gibt, dieses Thema weiterzuentwickeln. Und dann müssen wir uns damit beschäftigen, denn das bringt gar nichts, auf Level zwei und drei zu gehen, wenn Level eins überhaupt noch nicht verstanden wurde. Noch nicht zündet. Und das kannst du nur ganz, ganz früh machen, indem du genau diese Diskussion suchst. Und ich verstehe das nie. Wenn es einen schlechten, ungehobelten Ton in den Kommentaren gibt, so in der Krypto-Ecke ab und zu passiert, so hast du nicht verstanden, wirst du nicht kapieren. Nein, dann muss ich es eben anders erklären. Das heißt, wenn ich eine Frage unten drunter bekomme, muss ich auf diese Frage eingehen. Wenn ich die Frage nicht lösen kann, dann ist sie vielleicht schon so gut gestellt, dass mein Protagonist, meine Protagonistin das weiter erklären kann. Das heißt, hier geht ein tiefergehendes Interesse sogar schon. Das kannst du feststellen. Und dann hast du die Leute, die ja mitgestalten können, mit einem guten Kommentar. Und du weißt, wie es ist, wenn du mitgestalten kannst, also wenn du einen guten Input gibst und du bekommst vielleicht ein Lob dafür, fühlst du dich dem Thema doch verbunden und sagst, kenne ich mich jetzt aus, ich darf mitreden. Und dann macht das natürlich auch dreimal mehr Spaß. Ich bin dabei. Ja. Nein, kann ich total verstehen. Und bevor wir jetzt nochmal da hinkommen, was hat quasi die Bank davon, was ist die Motivation, so ein Programm aufzusetzen oder jemand wie dich dafür zu beschäftigen? Vielleicht nochmal, dass wir mal so ein paar Inhalte, wie versprochen, wir tauchen jetzt nicht tief in die Bankspezifika ein. Aber was sind gerade so, was ist gerade so der heiße Scheiß, über den du schreibst oder sprichst oder Filme drehst? Was sind so Themen? Ein paar hast du ja schon angesprochen. Aber was ist so, es wird vielleicht auch viel geklickt. Ach so, ja, dass viele klicken, das sind Technikthemen. Das ist immer so. Geht es um Automobilität? Also generell um Fortbewegung. Mobility ist ein großes Thema. Ob es das Fliegen mit Wasserstoff war. Also Brumm ist super. Ja, Fliegen mit Wasserstoff ist sogar, ohne Brumm proben. Das ist hochinteressant. Auch Elektroflugzeuge. Wir haben uns alles angeschaut. Wir waren auch in der autonomen Mobility unterwegs. Ein sehr spannendes Thema im Übrigen, denn da bin ich selbst gespannt, wie das sich in den Städten entwickeln wird. Und wir hatten das vor kurzem ja auch in Istanbul uns angeschaut, bei Adastec. Die haben jetzt einen Bus, der autonom fährt. Und dann macht das ja auch Sinn, weil du brauchst kein autonomes Auto, wenn du 40 Leute in den autonomen fahrenden Bus bekommen könntest. Wir sind jetzt im Straßenverkehr, besonders in Istanbul noch nicht so weit. Das war ein bisschen crowded dort. Also dann willst du kein autonom fahrender Bus sein. Es wird sich aber alles natürlich zeigen. Und auch da kommen ein paar Anschlussfilme noch dazu, die mehr Einblicke geben, auch welche Hürden es noch gibt. Was immer von Interesse ist, weil ich natürlich ein bisschen von der Bank auch bin, ist Payment. Ist klar. Wie entwickelt sich Payment in der Zukunft? Digitale Euro bin ich momentan noch mal dran. Warten wir noch mal einen Dreh dazu bekommen. Tokenisierung ist immer noch ein Thema. Das grobe Thema AI, da könntest du theoretisch jede Woche einen Film drüber drehen. Ja, sind wir auch noch dran. Ist so ein bisschen Trendthema im Moment. Vielleicht fühlt es sich auch ein bisschen abgegriffen an, aber es ist natürlich hochaktuell. Wir versuchen da schon noch tiefer reinzugehen und mal mehr zu bieten als nur mit einem Chatbot vielleicht da zu sehen und zu zeigen, wo kann das denn noch eingesetzt werden. Fraudbekämpfung, also Betrug, ganz großes Thema noch mal. Wie kannst du das verbessern? Cybersecurity ist ein riesiges Thema im Moment. Und ja, dann arbeite ich an ein paar Themen rund um E-Sports, was ich natürlich sehr interessant finde. Völlige Parallelwelt für mich gewesen, als ich da hingekommen bin. Auch mit so einem Bias. Ach, die zocken ja nur. Nee, wartet mal ab. Also dann, da kommt demnächst noch was dazu. Da bin ich mittendrin. Und um deine Frage, was bringt das der Bank, zu beantworten, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist ja auch die Wahrnehmung nach außen. Also ich habe ja hier einen komplett neuen Versuch gestartet, komme ja komplett aus einer anderen Branche, bin mit einer eigenen Idee reingekommen und dadurch, dass ich diese jetzt umsetze, bekommst du eine Sichtbarkeit für die Bank, die sehr, sehr positiv ist, auch für die Markenaufladung. Das heißt, wir haben ja ganz lange, war die Finanzindustrie immer so ein bisschen, brauchen wir das wirklich? Und sind die alle so arrogant? Und das ist ein sprödes Thema. Nein, ist es gar nicht. Diese Nahbarkeit, die du auch bekommst, die kannst du jetzt auf Social Media auch geben. Und ich muss das Gott sei Dank auch nicht spielen, weil das wäre irgendwie auch fatal. Ich bin ja so. Ich bin neugierig. Ich möchte das draußen sehen. Ich möchte für diese Themen begeistern. Und Finanzwissen und Finanzbildung sind ein ganz wichtiges Thema, das in, zumindest ich finde, in Deutschland noch mehr Raum nach oben hat und auch ernsthaft angegangen werden muss. Und da freue ich mich, dass ich hier die Möglichkeit habe, das auch mit zu gestalten. Und die Themen, die du eben aufgezählt hast, da waren ja jetzt ein paar dabei, wo man sagen wird, mhm, habe ich verstanden, das passt ja genau in die Bank oder in die Finanzindustrie. Und dann waren ja Themen dabei, wo man erstmal so Kratzkopf, was hat denn das mit Bank, was hat denn das mit Finanz zu tun? Wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, du hast es gesagt, die Finanzindustrie ist der Enabler für Innovation. Also von daher, so gesehen hat alles mit Bank zu tun. Nur wie schaffst du das, dich so breit auch aufzustellen? Also einmal von deinem eigenen Wissen her. Ich meine, du kannst ja auch nicht der Mr. Schlaumeier für alles sein. Und auch, wie steuerst du dich interessensgeneigt, da so spannende Phänomene aufzugreifen? Wir haben ja das Glück, dass wir mit den Themen, ich glaube, wir haben um die 150 Filme jetzt schon gemacht. Wir sind über drei Jahre unterwegs. Und dann bekommst du natürlich auch viel Input zu dem, was du bisher gesendet hast. Dann kommt die Community und sagt, du, ich habe da was Interessantes, schau doch da mal rein. Und wir bekommen pro Woche mehrere Anfragen rein. Also theoretisch könnte ich mich duplizieren, triplizieren, quadrizieren, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich könnte also theoretisch wesentlich mehr machen. Aber um die Qualität auch hochzuhalten, geht eben nur ein Beitrag pro Woche. Und wir können die Themen auch auswählen. Und ich versuche natürlich, ein sehr buntes Bild zu geben. A, möchte ich einen Bankbezug haben. B, möchte ich auch einen Innovationsbezug haben, wo ich sage, ich muss jetzt nicht unbedingt direkt, wie du sagtest, auf die Bank einzahlen, sondern es wird irgendwann ein Bezug auch hergestellt. Spätestens dann, wenn das sich weiterentwickelt und auch finanziert werden muss. Also das ist dieser Blick nach vorne, der Blick über den Tellerrand. Und was könnte denn da kommen? Und dann natürlich auch das Thema Financial Literacy, das ich unbedingt mit einbringen möchte. Nicht jedes Thema ist jetzt so tief zu erklären. Ich hatte das ja auch gesagt, wir wollen ja an der Oberfläche kratzen. Und das bin ich auch. Ich bin maximal in Stufe 2 drin und versuche dann Stufe 1 plus zu erklären, ein bisschen tiefer drin. Und das kannst du auch gar nicht, weil da bin ich zu viel Generalist. Außer wir würden mal wieder alte Börsenzeiten aufleben lassen und ich dürfte über Derivate reden. Aber ich glaube, das wäre sehr nischig, das Thema. Und da würden viele Leute sehr schnell aussteigen. Da war ich zu speziell in meinem Job vorher unterwegs. Und ist es nicht so, dass ganz viele auch gerne Tipps hätten, so wie investiere ich am besten? Also das wäre jetzt mal so meine naive Vermutung, dass das so die Supertrend-Dinger sind. Also neben dem, was du natürlich an spannenden Inhalten bringst. Aber dass da einfach ein ganz großes Interesse dran ist. Jein, sage ich mal. Im Bekanntenkreis war das so, hast du mal einen Tipp an der Börse, was ist gerade hot? Das ist immer so eine Frage, gerade im Bekannten- und Freundeskreis, wenn das Ding nach hinten losgeht, hast du keine Freunde mehr. Das ist schwierig. Ich habe mich immer mit direkten Empfehlungen zurückgehalten. Und es ist ja auch so, wenn du jetzt über Zukunftsthemen redest, möchtest du die Audience ja kitzeln und fragen, was denkt ihr denn darüber? Es wäre falsch, in einem der Beiträge zu sagen, das ist jetzt aber toll und das müsst ihr euch anschauen und das ist absolut super. Dann wäre das eine Vorwegnahme des Ergebnisses, weil ich möchte ja genau, dass die Diskussion entsteht und wir dadurch vorankommen und nicht irgendwie ein Produkt oder eine Serviceleistung bewerben, was es sowieso nicht gibt bei mir, Wissensformat eben, und möchte das Thema auch immer allgemein dargestellt haben. Das heißt, ja, wir haben durchaus Expertinnen aus der Bank, die dann aber bitte allgemein dieses Thema beleuchten und jetzt nicht produktspezifisch, sondern das bieten andere Banken auch an, beziehungsweise es entwickelt sich ja erst bei den verschiedenen Instituten. Und wenn du diesen Raum eröffnest, ich sage immer, das ist wie so ein Kuchen, der noch nicht aufgegangen ist, den musst du erst mal richtig schön backen und dann wird er viel größer und dann ist auch dein Stück am Kuchen einen Ticken größer am Ende. Und du erzählst, also ich mache mir jetzt gerade mal so ein Bild von deinem Arbeitsalltag. Du sprichst davon, dass du das machen musst. Gibt es ein Team um dich rum oder bist du da ganz allein für dieses Expedition Finance verantwortlich und was müssen wir uns da organisatorisch? Wir sind ja hier auch bei Good Work. Also das heißt, das Thema Zusammenarbeit interessiert uns ja oder interessiert ja auch die Hörerinnen und Hörer besonders. Wie sieht das aus bei dir? Also in der Bank, das Expedition Finance Projekt mache ich alleine. Das ist intern, aber natürlich ist extern meine Filmfrau, die Sabine Streich mit dabei, die jetzt auch an dieser Stelle ein sehr großes Lob bekommt, weil ohne die wäre alles nichts. Ist ja klar. Das heißt, ich bekomme einen externen Blick in die Filme rein, weil Sabine dann auch mal sagt, so Jürgen, jetzt wird das zu werblich, dann ist das zu arg Deutsche Bank. Das lassen wir jetzt mal raus. Und das ist auch genau richtig so, dass wir diese Neutralität, dieses Wissensformat behalten. Da habe ich halt ab und zu schon meine rosa-rote Brille auf und sage, das ist aber cool. Und ich verstehe das auch, wenn Menschen ihre Arbeit gerne machen und auch für ihre Arbeit dann auch schwärmen und dann wird das natürlich auch ein bisschen wertlicher. Da muss ich dann immer wieder mal so den Entschleuniger bekommen. Wir sind also im Kernteam zu zweit und natürlich habe ich Prozesse in der Bank, arbeite neben dem Marketing-Team. Das heißt, auch hier wird mal ein Text im Vier-Ougen-Prinzip abgestimmt. Hier bekomme ich auch Input. Hier kann ich eine Frage stellen, weil ich bin ja jetzt kein Marketing-Experte. Und ja, auch ich habe viele Fragen und da bin ich sehr, sehr froh, A, einen tollen Chef zu haben, der mir so viel Freiraum gibt, dass diese Kreativität auch entstehen kann. Das ist bei mir essentiell. Ich habe das auch immer gesagt, ich kriege nur richtig gute Gedanken, wenn ihr mir diesen Freigang gebt. Und wichtig ist doch, dass unter dem Strich abgeliefert wird. Wenn ich am Ende ein Jahr zurückblätter und sage, da sind richtig geile Filme dabei gewesen und die haben richtig geblockert und das hat die Leute fasziniert. Es ist auf der einen Seite egal, wie sie entstanden sind, denn ich habe da unheimlich viel Energie reingesteckt, aber es ist kein 9-to-5-Job. Beim besten Willen kannst du das nicht so abbilden. Und ich brauche ab und zu mal eine Stunde für mich, um Gedanken zu sortieren. Und ich weiß nicht, ob man das preisen kann. Also ein Zahlen, Daten, Faktenmensch würde sagen, schwierig. Ich brauche ab und zu auch mal eine Stunde und ein richtig juicy Gespräch. Also so ein Sparringspartner, Sparringspartnerin. Und da kommst du auf so tolle Ideen. Andere Leute würden sagen, jetzt hat er eine Stunde Kaffee getrunken und nicht geplaudert. Ich würde sagen, ich habe für die nächsten zwei Tage richtig gute Ideen bekommen, die ich reifen lassen kann. Und das ist es doch, was zahlt. Also diesen Freiraum gegeben zu bekommen und dann richtig gut abliefern zu können, weil du die Möglichkeit hast, deinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Und ja, nicht jede Idee ist gut. Das wird im Nachhinein Kill Your Darlings halt. Wie wird das aufgenommen in der Bank? Also ich frage dich mal direkt darauf zu. Gibt es auch sowas wie Neid, dass du so ein Spielfeld dir da geschaffen hast, was ja auch, also wenn man dich sieht, du bist völlig begeistert, ob dessen, was du tust. Du gehst da voll drin auf, du hast wahnsinnig viel Gestaltungsfreiheit und machst was hoch Sinnhaftes. Verdeckt oder nicht verdeckt, gibt es da auch so Stimmen, die sagen, boah, hätte ich auch gern. Es gibt ja sowas wie neidvolles Gönnen. Wollen wir es gar nicht so missgünstig adressieren. Ich glaube, das wird es immer geben, egal wo du bist, ob das jetzt bei uns ist oder woanders. Du kommst mit einer neuen Idee rein, die dann erfunst und auch wirklich läuft. Ich würde sagen, dass 90 Prozent der Leute das gut finden, was ich mache. Also das magst du ja alleine im Haus, wenn du durch die Flure läufst und dir klopfen wildfremde Leute mal auf die Schultern sein. Ich gucke gerne die Sachen und endlich das ist echt mal gut an den Themen, was da kommt. Das ist ein super Format und das hätten wir gerne schon früher mal gehabt, sowas. Ja, ich sage, ich bin ja nur eine Mini-Ergänzung dafür. Das ist vielleicht mal ein frischer Wind, der reinkommt und auch zeigen kann, wie es mal anders geht. Aber es ist jetzt kein Geheimrezept für alles, sondern es ist eine schöne Beimischung, würde ich sagen. Und dann, wenn du 90 Prozent hast, das ist schon mal gut. Dann hast du vielleicht so, ich sage, acht Prozent, die damit erst mal nichts anfangen können. Die finde ich ja sehr spannend in der Gruppe, weil die kann ich fragen, was sie denn stört. Und dann ist meistens ein klärendes Gespräch, sehr, sehr gut, weil du dann auch selbst spürst, wo so die Befindlichkeiten liegen. Und die räume ich dann meistens auch aus. Und dann vermute ich, dass du zwei Prozent hast, die einfach damit nichts anfangen können. Und solange diese Leute nicht gegen dich schießen im Hintergrund, ist alles in bester Ordnung. Mich muss nicht jeder gut finden. Es gibt auch Leute, die haben schon gesagt, ich kann mit dem Format nichts anfangen. Social Media ist nicht meine Welt. Und dann sage ich, du, es ist völlig in Ordnung. Ich möchte das ja auch, dass es freiwillig angenommen wird. Und wenn du in der Bank arbeitest, ist es schon schön, mal zu erfahren, wo die Reise hingeht. Aber du kannst niemanden zwingen, das zu schauen. Und das will ich auch nicht. Also ich bin da, bin da sehr organisch unterwegs. Also da wird nur die Community aufgebaut, die auch wirklich Lust auf mich hat und auf die Themen. Du kommst ja aus einer anderen Welt. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Und ich glaube, es ist jetzt auch mal Zeit, da mal an diese Stelle zu schwenken. Es war ja auch nicht unbedingt, wie du es so schön ausgedrückt hast, ganz freiwillig, dass diese Idee in deinem Kopf entstanden ist, du warst Investmentbanker. Ja. Und dann ist was passiert, Jürgen? Ich habe 22 Jahre Investmentbanker und wirklich an der Front gearbeitet. Also Front Office heißt das auch. Bin mit 22 Händler geworden, IHK-Ausbildung. Dann kam die Eurex, also Derivate-Ausbildung. Bin relativ früh dann auch in Chicago als Derivate-Spezialist ausgebildet worden. Da war ich Mitte 20 und habe dann 22 Jahre an der Börse beziehungsweise im Derivate-Bereich gearbeitet. In sehr speziell, würde ich mal sagen, also Index-Abitra, Stelta-1-Produkte. Alles ein bisschen komplexer. Hochinteressant in meinen Augen. Also man durfte auch tüfteln. Man musste sehr schnell reagieren. Man lernt, mit dem Bauch zu entscheiden und ab und zu den Kopf mal auszuschalten. Also wenn das Gefühl schlecht war, handelst du besser nichts. Du musst auch mal Nein sagen können. Und dann 2018 gab es für mich die persönliche Transformation, denn auch eine Bank verändert sich und mein Arbeitsplatz ist einfach verschwunden. Und der war dann über Nacht eben weg. Und dann kommst du morgens in die Bank rein und hast einen Klopfen auf die Schulter bekommen. Wir müssen mal reden. Dauert auch nicht lange. Also es hat genau zwei Minuten gedauert. Und dann konnte ich so meine groben Sachen zusammenpacken. Bin heimgefahren. Und dann kam der Anruf der Personalabteilung, wie ich mir das dann vorstellen würde in Zukunft. Und dann habe ich erst mal gesagt, also ihr seid lustig. Vor zwei Stunden hatte ich noch einen Job und jetzt fragt der mich, wie es weitergehen soll. Vielleicht wäre das mal gut, wenn ihr die Lösung anbietet. Und da gab es erst mal keine Lösung. Also du fällst da auch erst mal ein Loch rein. Und ich glaube, aus den zwei Tagen Sarkasmus hintendran ist dann erst mal so eine Talfahrt geworden. Also du fährst mit der Achterbahn definitiv runter. Und dann kommt diese gewisse Resilienz ins Spiel, die du im Aktienhandel, glaube ich, jeden Tag erlebt hast. Also du kannst mit schwierigen Situationen umgehen. Nach 22 Jahren kannst du auch mit Krise umgehen. Jetzt hattest du halt deine eigene Krise. Und ich habe dann einfach gesagt, Leute, ich will jetzt zwei Wochen lang einfach erst mal, ich brauche eine Pause. Und in den zwei Wochen habe ich erst mal geguckt, meinen Lebenslauf, meinen letzten hatte ich 1992 geschrieben für die Bewerbung. Da war ich noch 17 damals. Der war jetzt nicht mehr so passend. Bleiben wir ruhig nochmal, wenn es für dich okay ist. In dem Moment, hast du das irgendwie kommen sehen? Weil so wie du das schilderst, also müssen wir uns das wirklich wie im Film vorstellen. Herr Schmidt, kommen Sie mal mit. Hier ist ein Karton. Können Sie Ihre Sachen reinpacken? Hast du das irgendwie kommen sehen? Ja, einen sage ich. Auf der einen Seite hast du natürlich gespürt, dass in den Tagen vorher etliche Leute ihre Plätze verlassen mussten. Und du hast halt immer noch gehofft, dass das Damoklesschwert, das über dir schwebt, halt wieder weggeht. Ich meine, wenn du 10, 12 von diesen Runden in deinem Händlerleben mitgenommen hast und halt immer so 10%, 20% mal rausgegangen sind, das war ja normal bei uns, dass immer wieder mal eine Runde kommt, wenn es mal nicht so läuft. Und in dem Fall war es halt so, die haben den Aktienhandel radikalst gekürzt. Und dann bin ich halt einer davon gewesen. Und ich habe wirklich an dem Tag auch noch gehofft, vielleicht trifft es sich ja doch nicht. Und das können sie doch gar nicht machen. Und also so die Hoffnung stirbt zuletzt. Und naja, gut. Man hat es kommen. Ich habe es geahnt. Ich habe komischerweise an dem Tag natürlich schon meine Sportklamotten eingepackt, um auch mit dem Fahrrad wieder heimfahren zu können. Das heißt, ich hatte direkt ein Austauschtrikot dabei. Und zwei Stunden später saß ich auch auf dem Rad nach Haus wieder. Gab es irgendwelche exogenen Faktoren, was die Bank zu diesem harten Cut bewogen hat? Kann ich dir nicht sagen. Das sind Entscheidungen. Da steckst du nicht drin. Da bist du halt. Das ist ein Konzernleben. Da musst du Entscheidungen natürlich auch mittragen. Und ich glaube, das sind dann, für mich war es ein Kollateralschaden. Also ich bin dann einfach da. Ich habe halt auf dem falschen Platz gesessen und musste gehen. Und ich meine, was danach gekommen ist, muss man ja auch wieder sagen, ist ja eine ganz andere Liga gewesen letzten Endes. Wenn du zwei Wochen erst mal da sitzen darfst und über die Sache nachdenkst und dann kamen ja schon so diese Drohungen, ja, kommst dann in so eine Projektarbeit und Projektarbeit, wenn du aus einem Job rausgehst und du musst ja beschäftigt werden, da kannst du davon ausgehen, dass diese Arbeit nicht das ist, was sich erfüllen wird den ganzen Tag. Und ich wusste, da muss ich ganz, ganz schnell von weg, weil da gehe ich kaputt bei sowas. Also ich kann keine Tätigkeit machen, die stupide ist. Das würde mich nach unten ziehen. Und wenn du jeden Tag auf die Uhr schaust und diese sieben Stunden 48 absitzen musst und ich hätte das nicht lange geschafft. Und so ist ja die Idee gekommen. Und wenn du eine Idee im Urlaub hast, ist das immer ganz gut. Also ich hatte dann, der war ja schon gebucht, der Urlaub, der kam auch zur rechten Zeit. Und im Urlaub ist mir jetzt auch eine komische Idee gekommen. Ich muss jetzt mal komisch sagen, die musste dann erst mal ausgearbeitet werden im Kopf. Aber ich fand die dann gut. Da habe ich gesagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und jetzt schlägst du das Ding mal vor. Ich bleibe da nochmal ganz dicht dran, weil ich glaube, das ist jetzt so ein Moment, wo ganz viele mit ganz spitzen Ohren zuhören. Ich stelle mir das so vor, du machst einen Job, du hast das ja auch gerne gemacht. Du warst ja gerne Investmentbanker mit Begeisterung. Wie viele Bildschirme hattest du? Sechs. Ich habe sowas gedacht. Ja, also irgendwann waren es nur noch vier gewesen. Ich hatte früher kleiner. Ich glaube, ich hatte noch einen Blumenberg. Da waren es in der Spitze sogar acht gewesen. Den haben wir uns allerdings geteilt. Da sind so gesehen nur sieben. Und das sah natürlich schon klasse aus. Wie halt im Film. Also du kommst in so einen Handelsraum, dann siehst du nur Monitore, als gäbe es da nur Bildschirme. Und dann haben auch alle rumgeschrien und rumgefuchtelt mit den Händen. Also es war ab und zu mal laut. Es gab auch leise Tage, natürlich. Aber es war schon, das war wie im Film so eine Kulisse, wie du dir das eben vorstellst. Wolf auf Wall Street, was du draußen schaust. Ja, ich fand, das war halt auch ein Traumjob. Ja, so. Und jetzt also Formel-1-Fahrer wird gestoppt, aus der Box rausgeholt. Und dann, wie wäre es denn mal mit Nordic Walking? Ja, also erst mal nichts tun. Also das ist ja erst mal eine Situation, da muss ich ja mal mindestens mir die Wunden lecken. Wie hast du es geschafft, in so kurzer Zeit überhaupt wieder eine Energie in Richtung, ich habe eine Idee zu bekommen? Hast du eine Idee? Kannst du dich noch an diese zwei, drei Wochen erinnern? Du kannst es nicht erzwingen. Also die Idee zu bekommen, war natürlich deine Glückssache, muss man sagen. Und das war eine unheimlich schwierige Zeit. Also am 11. Juni 2018 bin ich gekickt worden. Das ist so wie so ein Geburtsdatum, das vergisst du nicht. Und das war schon hart. Dann fällst du, wie gesagt, erst mal in dieses Loch. Und ja, ich habe auch vielen die Schuld gegeben am Anfang. Ich habe gesagt, wieso hat der nicht zu mir gehalten und die Person nicht und hätte das jetzt sein müssen. Und da war Bank auch doof. Das muss ich offen zugeben. Da konnte ich nicht dahinter stehen. Das war, da habe ich mich schlecht behandelt gefühlt. Aber man muss auch irgendwann einen Schlussstrich ziehen. Und ich habe eine Analyse gemacht und dem Selbstmitleid zu versinken, bringt halt nichts. Das ist, das habe ich im Handel immer gelernt. Und wenn du einen Fehler machst im Handel oder es hat Geld gekostet, ich kann der Sache nicht nachtrauen. Ich muss nach vorne schauen. Und die eine oder andere Börsensituation, die war auch nicht toll gewesen. Und dann sage ich, abgehakt, weiter geht es. Schlussstrich, wisch, wisch, weiter. Und genauso habe ich mir das dann auch vorgenommen. Jetzt musst du was ändern. Das ist, du musst, das Einzige, was du wirklich erkennen musst, ist, dass es keinen Return gibt. Und viele Leute haben diese Hoffnung. Ach, die rufen in zwei Wochen wieder an und dann merken die, wie wichtig ich bin. Nein, machen die nicht. Wenn diese Entscheidung getroffen ist, kannst du zu 99 Prozent ausgehen, kommst du nicht mehr an diesen Platz zurück. Und das wird dir auch so kommuniziert. Und dann musst du das verstehen. Und ich finde, ich bin ja so ein Mensch, der sehr, sehr schnell mit Fakten umgehen kann. Also wenn du das an der Börse nicht kannst, wäre es ja auch irgendwie ein bisschen falsch. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist das so, aber was kann ich daraus machen? Und wir haben die Optionen, gefehlt. Also das, du hast natürlich draußen geschaut, was passiert draußen? Es war ja gerade Brexit in die Verlängerung und kein Mensch hat Händler in Frankfurt gesucht. Also es war utopisch, dass ich woanders hätte eine Stelle finden können. Dann habe ich auch gesagt, ja, Bank hat dir eine tolle Ausbildung ermöglicht. Wieso nicht in der Bank sich was Neues suchen? Aber auch da war nicht so die Idee da oder auch die Stellen, die du intern gefunden hast, da war jetzt nichts, was mich auf Anni vom Hocker gehauen hat. Viel cooler ist es ja, wenn du eine eigene Idee mitbringst und sagst, ich habe mal ganz was Neues vor, wollen wir nicht. Und das ist ja das Coole, wenn dann Leute im Hintergrund die Augen erheben vom Arbeitstisch und sagen, das ist ja eine coole Idee, was der mitbringt. Lass uns mal drüber nachdenken. Muss ja nicht klappen, aber der hat doch eh nichts zu tun im Moment oder nichts Vernünftiges so gesehen. Komm, wir geben dem mal einen Platz, der darf das mal ausprobieren. Und ja, siehst du ja, was dabei rausgekommen ist. Wie entscheidend ist Netzwerk? Ich hatte keins 2018. Das ist ein riesengroßes Problem gewesen. Wenn du kein Netzwerk hast, bist du auf ganz, ganz wenige Personen aus deinem direkten Umfeld angewiesen. Jetzt kannte ich Gott sei Dank so ein, zwei Leute und die waren halt Volltreffer. Also das war wie ein Sechser im Lotto, würde ich heute sagen, mit den paar Leuten, mit denen ich verbunden war. Darf man das hier sagen? Ich hatte ein Xing-Account. Das darf man hier auf jeden Fall sagen. Hier darf man sowieso alles sagen. Ja, nicht als LinkedIn. den mich später spart. Heute würde ich sagen, Leute, baut euch euer Netzwerk auf und zwar rechtzeitig mit den richtigen Leuten. Es geht ja nicht ums Jagen und Sammeln der Kontakte, sondern auch wirklich eine Community sich aufzubauen und zu pflegen. Die muss nicht groß sein, aber die richtigen Leute beinhalten. Und das hat mir damals komplett gefehlt. Ich hatte eben das Glück, mit den richtigen Leuten dann reden zu können, auch ohne auf Social Media unterwegs zu sein, die mir eine Chance gegeben haben. Und diesen Mut und dieses Vertrauen, das zutage kam, wollte ich auch genauso zurückgeben. Und ja, das hätte auch jederzeit scheitern können. Das muss man sich bewusst sein. Das ist nicht so, dass du, wenn du eine Idee hast, sofort wieder im Sattel sitzt. Bei mir hat das knapp drei Jahre gedauert. Also ich glaube, wenn ich das nochmal so ein bisschen aufgreifen darf, weil ich finde das sehr anschaulich jetzt auch gerade an der Stelle. Es braucht eben nicht unendlich viele Menschen, sondern es braucht am Ende einen Mensch, der an deine Idee und an dich glaubt. Was wir aber tun durch das Netzwerk ist, wir erhöhen die Trefferwahrscheinlichkeit. Also wir haben natürlich, wir haben eine andere Chance. Du hast es ja beschrieben, bei dir war es sechs Jahre im Lotto. Wenn du jetzt heute, ich darfst mal, glaube ich, eben nochmal geguckt, du bist bei knapp 20.000 LinkedIn-Kontakten. Das sind jetzt nicht alles deine allerbesten Freunde, aber zumindestens mal, heute wäre für eine neue Idee wahrscheinlich die Chance noch leichter, dass du jemanden findest. Wenn du auf deine Basisidee guckst und das, was draus geworden ist, was hat das noch miteinander zu tun? Was war eigentlich deine ganz grobe Basisidee? War das schon das, was du heute tust oder war das nochmal was ganz anderes? Ach, die Idee war, 2018 ist beim Joggen entstanden und dann habe ich mich gefragt, wie alt ist denn die Bank jetzt eigentlich? Oh, die wird ja 150 in zwei Jahren und dann könnte man doch mal so berichten, was die Bank in der Vergangenheit geleistet hat, was eben hier und heute macht und wo es in der Zukunft hingeht. Und du siehst, das ist nur die Zukunft übrig geblieben, was ich sehr gut finde, weil alles andere wäre zu werblich gewesen. Dann wären wir so im Marketing auch gelandet. Das Interessante ist doch der Ausblick nach morgen und da war auch die Frage, wie wird es gestaltet? Gibt es Bewegtbild? Wollen wir eine Fotoserie machen? Wird es nur ein paar Posts geben? Machen wir denn überhaupt Social Media? Und da muss ich sagen, war es halt sehr spannend zu sehen, wenn du in eine neue Abteilung kommst. Wie wirst du aufgenommen mit Leuten, die ja alle Profis in Kommunikation sind, die das ja schon teilweise jahrelang und Ewigkeiten machen und dann sitzt du da mit teilweise zehn Leuten, stellst deine Idee vor und du betest innerlich, dass du nicht zerrissen wirst. Und das Schöne war, die waren alle offen und neugierig und haben sich einbringen können. Und das ist genau der Punkt, den ich heute auch wieder habe. Ich möchte ja diese Fragen nach außen stellen. Wie seht ihr das denn? Wie könnte ich das dann noch besser machen? Und dann haben ganz viele Leute einen Input gegeben, den ich wiederum einsetzen konnte bei mir. Und das hat auch immer kleine Veränderungen mit sich gebracht. Und ja, das Videoformat hat sich relativ schnell herauskristallisiert. Ich hätte es damals sogar noch kürzer angesetzt. Ich hatte so damals Clips um die 150 Sekunden geplant. Heute sind wir so, es ist snackable Content, der einfach etwas erklärt. Und wenn du ein Thema erklären willst, dann bist du auch ruckzuck bei drei bis fünf Minuten. Aber dann hast du auch ein richtiges Storytelling. Und dann kann ich ein Thema auch wirklich gut rüberbringen. Und da kommt es nicht auf die Sekundenzahl an, sondern es kommt darauf an, dass es spannend ist und die Leute dabei bleiben und sagen, bis zum Ende gucke ich das Ding an. Es ist ja, was du hier beschreibst, Paradebeispiel für Denken in Möglichkeiten. Das ist übrigens fünfte Goodwork-Prinzip. Ich erwähne es immer mal wieder. Und jede gute Idee, auch das habe ich glaube ich schon öfter hier gesagt, fängt ja mit einer Beobachtung an. Was war deine Beobachtung? Also zum einen dieser 150-Jahr-Feier, aber auch zu sagen, hm, Zukunft, da fehlt etwas. Ich habe so diese Vermutung, weil damit fängt es ja immer an. Das könnte die Menschen umtreiben, das könnte die interessieren. Manchmal kann man das noch nicht so auf den Punkt bringen, aber kannst du dich da noch mal so ein bisschen gedanklich zurückspulen? Da kann ich direkt reinspulen. Wir waren ja zu zweit damals. Also die Bankindustrie, die 2018 definitiv keine gute Presse hatte und die Frage war, für was brauchen wir überhaupt noch eine Finanzindustrie? Also die Leute standen sehr, sehr kritisch gegenüber und dann ist so die Frage, wir müssten eigentlich mal zeigen, was du überhaupt damit bewegen kannst, dass eine Bank eben oder eine Finanzindustrie Enabler ist und auch das mal wieder an positiven Beispielen erklären. Wenn ich das nicht außen zeige, dann werden die Leute das auch nicht verstehen. Du kannst nicht erwarten, dass du gesetzt bist in einem Thema. Du musst das schon erklären. Und natürlich, zweiter Part war bei mir. Ich hatte ja 2018 auch erst mal keine Zukunft und die hätte ich schon ganz gerne wieder gehabt. Die Ursprungsintention war super simpel. Ich bin ja immer so ein Business-Mensch gewesen. Ich wollte durch eins dieser Zukunftsthemen mich noch tiefer reinfuchsen und vielleicht sogar das neu aufbauen in der Bank, dass ich sage, das ist ein Thema, das ich vielleicht besetzen kann und weiterentwickeln darf. Ja, so weit ist es dann doch nicht gekommen, sondern ich bin Social Media treu geblieben und den Themenvorstellungen, was aber ja auch eine Nische wieder war, die nicht besetzt war, dass du sagst, so ein Format gab es noch nicht und wir sind, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Ergänzung im Social-Media-Konstrukt der Bank und generell auch für die Kommunikation. Das ist mein Eindruck. Also für alle, die jetzt zuhören, die im Angestellten-Dasein sind, dieses Thema Denken in Möglichkeiten, das schiebt man ja oft so in Richtung Selbstständigkeit, Unternehmertum und es stimmt nicht. Also Denken in Möglichkeiten geht auch gerade in dieser, in der Situation, die du beschreibst, es ist ja letzten Endes ist die Kunst, sich auch immer wieder neu zu erfinden und das ist eine Kunst, die wir zur Vollendung bringen können, ob wir jetzt nur angestellt sind, ob wir selbstständig sind, ob wir Unternehmer sind, Beamte, was auch immer, das ist ja etwas, was wir uns vornehmen können, was wir ausfertigen können, was wir entwickeln können und ich glaube, das macht jetzt hier das Gespräch auch schon bei ganz vielen den Denkraum möglich. Ich finde ja auch dieses ganze Phänomen, könnte man schon eine ganze Stunde zu sprechen, Jobcrafting, also inwieweit gelingt es mir, meinen Job so zu bauen, dass er zu mir passt und nicht andersrum. Wir kommen ja sehr stark aus einer Welt, wo wir sagen, was muss ich tun, dass ich zum Job passe und ich beobachte immer mehr die entgegenläufige Entwicklung, dass die Leute sagen, ganz ehrlich, dann baue ich mir den Job mal so, dass er gut zu mir passt. Da müssen wir doch hingehen, Jule. Das ist ja genau der Punkt, dass wir drüber nachdenken, was wir machen und wenn unsere Tätigkeit eventuell überholt ist, dann gibt es auch mal einen Abbau und das heißt, du wirst einige Dinge einfach fallen lassen, weil du sagst, die sind überholt mit der Zeit, was aber nicht heißt, dass du überholt bist, sondern du entwickelst dich ja weiter und wenn du dann mit tollen Ideen kommst, dann kannst du ja auch was bewegen. Das heißt, du kannst ja neue Jobs auch kreieren. Also wenn wir in 20 Jahren in die Zukunft, wir können in 20 Jahren ja wieder einen Podcast machen, wenn Podcast dann noch die State of the Arts auf der Seite oder noch, da sind wir im Metaverse unterwegs und quatschen da miteinander, dann wirst du ja auch sehen, es wird ganz neue Jobs wieder geben und genau sich darauf einzulassen und zu sagen, ich bin neugierig, ich hinterfrage Dinge und mache es sie nicht einfach nur. Du wirst sehen, gute Ideen werden angenommen und dann kannst du dich auch selbst weiterentwickeln als Person und du kannst dir deinen Job auch mitschaffen, wenn du eine gewisse Beharrlichkeit besitzt und auch an deine Idee glaubst und das ist ganz, ganz wichtig. Deine Idee, die muss wasserdicht sein, also für dich erst mal und dann lässt du alle Leute außenrum ran und sagen, jetzt machen wir dieses kleine Schlauchboot, machen wir noch größer, aber bleibt immer noch wasserdicht. Da sind ganz, ganz viele Ansatzpunkte drin. Ich packe noch mal einen Prominenten, den haben wir jetzt auch schon immer mal wieder hier so erwähnt. Wäre das Modell, was du jetzt fährst, also sowohl für dich, aber auch für die Bank gesprochen, Expedition Finance ohne Social Media denkbar? Jein, ich glaube es wäre schwieriger, es nach außen zu zeigen, weil Social Media die ideale Bühne ist, um es bekannt zu machen und mittlerweile ist analog eine sehr, sehr gute Ergänzung geworden. Das heißt, du kannst auf den Bühnen drüber sprechen, wie du das gemacht hast, aber es ist immer der Social Media Aspekt mit drin. So gesehen, also ohne Social Media würdest du wieder aus der Sichtbarkeit rauskommen. Das wäre ein Nischenprojekt, das du vielleicht intern in der Kommunikation machst und dafür muss ich sagen, wäre es zu arbeitsintensiv, hätte keine Reichweite in meiner Ansicht nach und nein, sagen wir nein. Von Jein zu Nein. Nein, wir machen Nein. Wir machen ein Nein draus, ich kann es mir auch vorstellen und ich würde ganz gerne, auch wenn wir schon eine Weile sprechen, nochmal das Phänomen da auch aufgreifen. Wir reden ja hier viel auch über Corporate Influencing, also bei Good Work noch nicht so viel, auf LinkedIn extrem viel. Man könnte das ja auch durchaus als Corporate Influencing beschreiben. Du führst den Titel nicht aktiv, wenn Menschen den dir zuschreiben, sagst du, dann sei es drum. Was würdest du sagen, fängt die Party da erst richtig an, sind wir schon an so einem kleinen Zenit und der Hype flacht wieder ab oder würdest du sagen, boah, wird auch ein bisschen überbewertet. Was wäre so deine Einschätzung, Mr. Zukunftsforscher, der dir ja fest ist? Das Schöne ist, dass ich Corporate Influencing so gesehen schon gemacht habe, als es diesen Begriff noch gar nicht so offiziell gab und deswegen ist es auch immer interessant zu sehen. Ich finde den Begriff Influencer ein bisschen komisch, weil ich möchte ja nicht beeinflussen, sondern ich beeinflusse höchstens Gedanken und sage, denk mal drüber nach, aber du musst jetzt hier nichts kaufen. Das I für Corporate Influencing, ich würde eher sagen, ist Insights, es ist eine Information, es ist eine Inspiration. Das sind immer so diese drei I's, wenn du mich fragst, die ich lieber in den Vordergrund stellen würde. Ich sehe mich auch mehr als Corporate Ambassador, hatten wir auch mal vor kurzem hatte ich ein Gespräch drüber geführt, dass du so mehr als Botschafter rausgehst und Themen anstößt. Lassen wir das Thema Corporate Influencing so stehen, weil das ist eben der Oberbegriff. Das wird sich sicherlich noch verändern in der Zeit. Es ist ein bisschen ein Hype gewesen in den letzten Monaten. Es werden immer mehr Programme aufgelegt. Ich finde das gut, muss ich sagen, wenn es denn richtig gemacht ist. Also, dass du A, den Freiraum für deine Corporate Influencer gibst. Da darf nicht so viel Überwachung hintendran stattfinden. Also, dass du Text jetzt komplett durchredigierst oder Werbung machst, das geht in meinen Augen nicht. Das ist auch kein Einblick, den du haben willst. Wenn das richtig gut gemacht wird, dann hast du die Einblicke, dann bist du vielleicht attraktiv als Arbeitgeber. Du wirst genauso wahrgenommen und gesehen. Das muss natürlich auch am Ende stimmen. Also, das, was draußen gesehen wird, sollte dann in der Realität dann auch so sein. Und das erwarte ich auch von den Personen, die nach außen so auftreten, dass es eben einen ehrlichen Einblick gibt. Und da ist die Größe teilweise irrelevant. Du kannst auch in der Nische ganz, ganz tolle Dinge entdecken. Man muss sich halt nur so ein bisschen drauf einlassen. Und ich denke immer, dass es nicht um die Person am Ende geht, sondern die Person ist nur diejenige, die dazu hinführt, drüber nachzudenken. Das hat sich momentan ein bisschen gewandelt auf LinkedIn, dass viele sagen, ich möchte ja so sein wie Person XY. Das ist eine total falsche Einstellung. Wir sind nicht im Bravo-Starschnitt hier. Sondern ich möchte, das ist mein Punkt, ich möchte genau das erleben, was diese Person erlebt. Und dann ist es die richtige Einstellung. Dann ist es für mich Corporate Influencing, wie es wahrgenommen wird. Es geht nicht drauf, dass du dich auf den Sockel stellst und auf der Bühne nur über dich redest. Das wäre komplett falsch. Passiert aber. Also ich beobachte das schon so, dass vielfach das Corporate Influencing zu Personal Branding wird, wo ich mir dann die Frage stelle, was hat das Unternehmen dann mal ganz platt gesagt davon, eine Personenmarke aufzubauen, auch so einen exorbitanten Personenkult da zu etablieren. Weil die Person geht im Zweifelsfall vom Unternehmen weg und nimmt ihre Reichweite, ihre Bekanntheit mit, hat das Unternehmen nichts von. Das ist aber das Wischleben, finde ich, Julia. Das kann ja immer passieren. Also Personen können immer Unternehmen verlassen. Doppeltragisch wird es, wenn diese Person natürlich noch ein riesen Fachwissen mitbringt. Ja, dann wird es blöd. Naja gut, ich sage mal so, wenn es wirklich eine reine Personenmarke ist, die mit dem Corporate Influencing aufgebaut wird und gar nicht so viel auf das Unternehmen abstrahlt, dann wäre das wahrscheinlich schon nicht das, was das Unternehmen intendiert. Aber generell glaubst du, dass das Thema Corporate Influencing insgesamt noch zunehmen wird? Weil wir gucken jetzt auf die großen Corporates, wie der Name ja schon verrät. Aber was ist mit denen, ich sage ja hier immer, Schraubenhuber und Co-KGs? Also für den Grundständigen, für den Mittelstand, werden wir da auch dort solche Phänomene sehen, dass sich die Unternehmen öffnen, dass die ihre Werktore öffnen und sagen, schaut her, so geht bei uns Mittagspause, so geht bei uns Buchhaltung, so läuft das hier bei uns. Das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Ist das was, was du vermutest oder glaubst du? Gut, ich kann jetzt auch nur meine Meinung da widerspiegeln. Ich glaube, es wird noch mehr Raum geben. Dadurch, du siehst ja, Social Media ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das ist eine Frage der Umsetzung und ich finde das sehr, sehr wichtig. Die großen Companies setzen schon sehr viel um. Da wird es auch gut angegangen. Ich sehe das ja, es kommen immer mehr Projekte nach draußen, was ich auch gut finde. Ist für die Marker eine tolle Aufladung und ja, auch in kleineren Unternehmen. Wieso nicht? Du wirst wahrgenommen, du kannst sogar, vielleicht sogar aus der Menge herausstechen, würde ich sagen, wenn du einen richtig guten Content lieferst. Und so das ein oder andere kleine Unternehmen fällt mir ja auch ins Auge, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Die sind einfach witzig und die lassen dann auch ein paar Leute mal machen. Also ganz viele Ideen auch auf TikTok, die da rumlaufen, was ich auch sehr amüsant finde. Es kommt immer auf deine Zielgruppe an, die du erreichen möchtest. Wenn du jetzt zum Beispiel Nachwuchssorgen hast, Azubis zu finden, ist das ein tolles Instrument, kannst du super nutzen. Du kannst natürlich auch Einblicke bei den größeren Unternehmen geben. Und dann ist das wie bei uns, dass du die Belegschaft erreichst, aber auch die Kundschaft draußen und natürlich alle anderen noch für deine Branche begeisterst. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Es muss ja wie gesagt nur richtig angegangen werden und du solltest den Freiraum eben bekommen. Und ich würde nämlich auch sagen, in unserer Bubble alles haken dran, wird das verstanden. Und ich beobachte auch oder erfahre auch aus Gesprächen, wenn ich mit Menschen jenseits der Bubble spreche, dass sie dann schon so manchmal unverständlich gucken und gar nicht verstehen, um was es überhaupt geht. Also wirklich sagen, das wird dir ja bestimmt auch so begegnen, oder? Also ich sage mal, Klassiker auf dem Fest, in der Stadt, auf dem Dorffest oder wenn Menschen, die mit dem Thema gar nichts anfangen können, dich darauf ansprechen. Ja, es ändert sich. Man muss es ja so sehen, ich bin jetzt in einer Generation, wo wir mit Social Media gar nicht groß geworden sind. Also bei mir fing das irgendwie mit Facebook an. Ich habe Facebook nie genutzt. Ich fand das irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich Freunde brauche in Social Media, die ich gar nicht kenne. Und das war für mich immer ein bisschen suspekt. Ich habe sehr, sehr spät mit Social Media angefangen. Also 2018 Umschwung, 20 habe ich erst meinen Account eröffnet auf LinkedIn. Also das ist jetzt sehr schnell gegangen. Stelle aber fest, ich war zu spät. Ich hätte früher anfangen sollen. Jetzt haben wir aber die Generation, die nach mir kommt und die wieder danach kommt, die sind ja alle da drauf. Die TikToken, die haben ihr Insta-Account, die Snapchatten. Ich habe ja hier auch zwei Kinder. Also ich sehe ja, was da los ist. Und das ist in Fleisch und Blut, habe ich so den Eindruck. Also wenn diese Reise hier die nächsten Jahre weitergeht, ist Social Media ein festes Tool. Ich hoffe, es bleibt es auch. Ich bin sehr skeptisch, was die Sache künstliche Intelligenz und Fake News angeht. Also auch hier hoffe ich, dass es Qualität im Content gibt, auch kuratierte Content, weil ich muss ja auch dem Content vertrauen können. Das ist ein ganz grober Punkt, der bei mir kommt, wo ich sage, wenn das nur noch Fake wird auf Social Media, dann wirst du auch die Leute verlieren. Dann wird sich das Social Media Phänomen von alleine erledigen, weil du wirst keine Plattform besuchen, der du keinem Glauben schenken kannst. Und es wäre schade, wenn wir dieses Instrument abgeben müssten. Es wird nicht so kommen. Das heißt, da wird schon ein Mechanismus entstehen. Ich bin zum Beispiel Hashtag Team Echt. Bei mir ist alles echt. Also ich schreibe nicht mit KI. Ich lasse mich höchstens mal inspirieren. Also auch ich nutze das für eine Kontrolle, dass ich sage, habe ich jetzt wirklich meine Argumente richtig? Dann kannst du mal reinschauen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, einen Quellencheck bitte zu machen. Also nicht einfach irgendwas Copy-Paste. Das sind auch keine Inhalte, die draußen gut ankommen würden. Wir leben ja in einer krassen Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, die härteste Währung, eine härter als jeder Dollar, jeder Euro ist die Aufmerksamkeit, die ich dir entgegenbringe oder vor allen Dingen die ungeteilte, das ist ja unglaublich. Mit anderen Worten, wir reden von Macht. Und da, wo Macht ist, gibt es auch immer dunkle Seiten. Das heißt, müssen wir uns darauf einstellen, dass auch dieses Feld immer mehr auch Downsides entwickeln wird, dass also Menschen schnell zu dem Fame kommen wollen, dass sie schnell dort dastehen wollen auf der Bühne, weil das ist natürlich eine wahnsinnige Zuschreibung, die Menschen erfahren. Das ist aber überall so. Ich glaube, in jeder Industrie wird es so was geben, wo du sagst, oh, das sind vielleicht Lücken, die könnte ich ausnutzen. Halte ich für verkehrt, weil es wird ein kurzfristiger Ansatz sein, mittel- und langfristig. Aus der Erfahrung, auch aus der Geschichte, hat das irgendwie nie so richtig funktioniert. Und das wird auch auf Social Media nicht anders sein. Also ich könnte dir natürlich heute was Gutes tun und sagen, die Jule hat jetzt echt einen geilen Podcast mit mir gemacht, der schenke ich doch einfach mal 10.000 Follower und dann kaufe ich dir dafür 500 US-Dollar, kaufe ich dir mal 10.000, du wachst morgen früh auf und sagst, boah geil, ich habe 10.000 Follower mehr und dann wirst du sehen, die bringen gar nichts. Du bist zwar gewachsen, aber es gibt nicht mehr Likes, es gibt auch nicht mehr Impressions, du bist einfach nur groß und vielleicht ruft dann morgen ein Unternehmen an und sagt, die Jule, die hat ja so viele Follower, die holen wir uns mal auf die Bühne. Wenn die so viele Follower hat, ist die bestimmt gut. Dann könnte es sein, dass es auf der Bühne ein komisches Erwachen gibt. Genau, das Kaisers neue Kleider, dann stehe ich nackt da. Ja, ich meine das ja nicht böse so gesehen, sondern du kannst das natürlich, du kannst heute alles kaufen. Das ist erschreckend. Also ich habe mir das natürlich auch angeschaut, weil ich ja auch ab und zu drüber schreibe und du musst, wenn du selbst Corporate Influencing, wenn du so wahrgenommen wirst und das theoretisch dann auch machst, musst du dich auch mit den dunklen Seiten beschäftigen und dann schaue ich mir das schon an und ich bin erschrocken, was du heute alles kaufen kannst und wie schnell das überhaupt geht. Und ich sage dann immer, ich könnte jeder Prüfung trotzen, also wenn jetzt hier die Presse klingelt und sagt, Herr Schmidt, wir wollen da mal reingucken, wir haben da Zweifel. Dann sage ich, dann guckt halt rein, ihr werdet null Follower entdecken, die nicht echt sind, außer die, die sich hier reingemogelt haben, gibt ja diese Bots, die sich dann drankleben und da bereinigt LinkedIn ja Gott sei Dank auch, also ich hatte letztes Jahr so eine kleine Aktion, da sind immer 300 verschwunden, was aber fantastisch ist. Dann lieber habe ich weniger Leute, aber die sind echt und ich lege da auch hohen Wert drauf und ich hatte ja auch vor kurzem geschrieben, ich habe mich getrennt von direkten Kontakten, die mir einfach, die ich gar nicht kannte, wo ich sage, die sind irgendwann mal reingekommen über die Zeit. Ich habe die Leute gar nicht gekannt, ich war mit denen irgendwo vernetzt und hatte weder ein Gesicht, noch haben die jemals irgendwas gepostet, irgendwie sind die mal mit reingerutscht und du versuchst hier auch viel. Dann sage ich, ich nehme meistens die Leute an, wenn sie ein paar Kontakte schon hatten, aber wenn dann über Monate nichts passiert, dann muss sie auch wieder Tschüss sagen, weil das, sorry, das verstopft nur das Netzwerk und das ist ja auch kein echtes Netzwerk. Jetzt ist ja die Bankindustrie dafür bekannt, dass sie von Regulatorik getrieben ist, Compliance-Richtlinie und so weiter. Das heißt, wird dir da, ich sage es jetzt mal auch so, sehr stark auf die Finger geguckt oder gibt es da auch, ist es vielleicht in deinem Umfeld besonders heikel, auch so ein Thema zu treiben oder sagst du, naja, mein Gott, wir berichten ja nichts, was irgendwie kritisch ist. Ja, ich schreibe ja nicht oder spreche ja nicht über interne Prozesse. Was ist da so deine, was sind da so deine Grenzen, die du so erlebst in deinem Wirkungsfeld? Ja gut, ich bin nach wie vor auch allen Regeln unterliegen der Bank und das ist auch gut, wir reden von der Finanzindustrie, das ist eine Industrie, die von Vertrauen lebt, also ist das auch gut, dass sie hoch reguliert ist und es gibt natürlich bei mir die Social Media Guidelines, die halte ich ein. Ich rede weder über Kunden, außer ich darf es wegen dem Film, den ich dort gedreht habe, ich rede natürlich nicht über Zahlen und über Strategie, weil mir das auch gar nicht zusteht und insofern finde ich das gut, dass ich über die Themen in der Zukunft reden darf, das sind ja alles im Konjunktiv, es könnte und wie wir ja anfangs des Gesprächs auch hatten, ich möchte ja eine Inspiration geben und mache ja keine Meinung hintendran, insofern ist es ja keine Empfehlung, die ich nach außen gebe, das macht es für mich wiederum einfacher und in der Kommunikation natürlich auch leichter. Zum Ende unseres Gesprächs, jetzt nicht im Sinne von worin sollte ich meine Euros investieren, keine Sorge, da verwickele ich dich nicht, aber so insgesamt in der Industrie, gibt es in deiner Industrie, gibt es vielleicht ein Thema, was radikal unterschätzt wird? Jetzt hast du eine richtig gute Frage gestellt und ich überlege jetzt gerade, wo stocher ich denn jetzt im Moment sehr interessiert rum. In meiner Industrie, ja, ich würde das wieder in die Ecke Finanzwissen und Finanzbildung geben, dann ist es unsere Zukunft. Wenn du die Leute in der Finanzbildung nicht aufklärst, wenn sie sich mit dem Thema nicht befassen, dann können sie in 10, 15, 20 Jahren auch nicht ihre Entscheidungen treffen. Und das ist so wichtig, dass wir alle Finanzfähigkeit erlangen. Das heißt, du setzt dich mit dem Thema auseinander, ich setze mich jeden Tag damit auseinander, weil ich da drin arbeite, aber auch meine Kinder müssen sich damit befassen. Du musst selbst Entscheidungen treffen können und das ist so wichtig, mit Geld umgehen zu können. Das heißt, wenn ich die Industrie verstehe, wirst du merken, Geld ist immer und überall. Jeden Prozess, den du draußen machst, wenn du einkaufen gehst, wenn du ein Auto fährst oder die kaufen möchtest, alle Prozesse haben irgendwo einen Cashflow hinten dran. Und da, das System zu verstehen und auch für dich zu verstehen, was ist wichtig für mich auch in der Vorsorge für später, ist so essentiell wichtig, dass mein Treiber eben ist, Finanzwissen gibt es schon jede Menge, aber wie ist das richtige Format, um es anzubringen? Das heißt, Finanzbildung zu vermitteln und das in einem schönen Format, das die Leute auch anschauen und dieses Edutainment, also dieses Lernen mit Freude, wo du sagst, ich habe da was gehört, das war super interessant und ich habe sogar noch was dabei gelernt und du wirst finanzaffiner dadurch im Unterbewusstsein und sagst, ja, weiß ich doch schon längst, ja. Und dann bin ich glücklich, wenn das hinkommt. Und das ist auch das, was die Branche noch mitbewegt, dass du Menschen draußen hast, die im Groben verstehen, wie es funktioniert, aber natürlich dann immer noch mal individualisiert eine Lösung bekommen. Zum Schluss, ich frage immer nach neu, nach alt. Was ist neu daran, fangen wir mal mit neu an, Content Creating in der Bankindustrie zu machen? Was ist das Neue daran? Ach, ich glaube, Content Creation gab es schon immer, dass es jetzt nur der Begriff ist, weiter nach oben gespült worden und für mich eine sehr schöne Freiheit, muss ich sagen, tolle Themen beleuchten zu dürfen und über Social Media zu bespielen, gab es vorher noch nicht so. Also ich würde sagen, so ein Format wie Expedition Finance ist mir unbekannt. Und was ist das Gute daran, auch mit so einem Format wie Expedition Finance die Unternehmensgrenzen auch ein Stück weit zu öffnen? Ja, siehst du ja, ist ja positiv. Es wird sehr, sehr positiv angenommen draußen. Und wenn ich das dann ab und zu lese, du erscheinst, also die Bank erscheint in einem anderen Licht zum Beispiel. Ich habe keine negativen Kommentare. Es ist alles positiv gemeint. Und das freut mich natürlich, weil ich konnte ja dementsprechend mit einem Bias aufräumen, den ich ja auch aufräumen wollte. Also wunderbar. Am Ende mit den eigenen kleinen, vielleicht auch miesen Wahrheiten aufgeräumt. Das ist ja auch schön, wenn man zu einer neuen Erkenntnis kommt oder mit seinem eigenen Bias da mal ins Gericht geht. Lieber Jürgen, es war eine Transformationsgeschichte drin. Es war Vordenkertum drin in unserem Bericht. Es war wirklich auch ein Blick in die Werkshalle und damit alle Suchscheinwerfer bei GoodWork hier zu 150 Prozent erfüllt. Es war ein wunderbares Gespräch. Vielen, vielen Dank für die gute Stunde, die ich zu jeder Sekunde genossen habe. Vielen Dank, lieber Jürgen. Ich danke dir, Jule. Besten Dank. Ja, das war es wieder im Podcast GoodWork in unserem GoodWork-Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrung live mitzuerleben, dann schaltet ein, hinterlasst ein Abonnement. Ihr findet den Podcast überall dort, wo man üblicherweise Podcasts findet. Das heißt bei Apple, bei Spotify, seit kürzerer Zeit auch bei YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet und freue mich auch über Nachrichten auf allen möglichen Kanälen von euch. Und bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski. Bis zum nächsten Mal.